Bei der Autobahnausfahrt Gizikon Roth in der Gärtnerei Schwitter erwartet Sie ein blühendes Gartenparadies mit allem, was die Arbeit auf dem Balkon, im Garten und auch auf der Terrasse noch schöner macht. Neben unzähligen Heckenpflanzen, Allee, Nadeln und Laubbäumen, diversen Beeren, Kräuter sowie Obstsorten, finden Sie auch verschiedene Balkonpflanzen, Blütenstuden und wunderschöne Rosen. Das meiste stammt direkt aus eigener Produktion. So kann allerbeste Qualität garantiert werden. Profitieren Sie von der kompetenten Beratung. Lassen Sie Ihre Einkäufe fachgerecht eintopfen oder zeitnah und sicher zu Ihnen heiliefern. Die Gärtnerei Schwitter freut sich auf Ihren Besuch.